Liebe Zuschauerinnen und Zuschauern, sind Sie ganz herzlich willkommen bei QS24 im Format Gesundheit. Heute geht es um diese berühmten Abnehm-Blockkaden. Man macht alles richtig. Man frisst die Hälfte oder man isst nur ketogen oder man isst nur vegan und, und, und. Wir wollen gar nicht detailliert darauf eingehen, was ist jetzt wirklich die beste Ernährungsform, sondern es geht mehr darum, Sie machen alles richtig, Sie meinen, es ist alles perfekt und trotzdem, man nimmt nicht ab. Eine berühmte Abnehm-Blockkade. Und dieses Thema wollen wir heute detailliert anschauen mit meinem Studiogast, ganz herzlich willkommen, Wilfried Obel und der Hund Polaris. Seid ihr grüß lieber. Er ist auch wieder dabei. Das ist gut so. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Macht immer wieder Spaß. Du hast mir eine schlüssige Antwort schon gegeben, nämlich mit dem, wo ich gesagt habe, du Abnehm-Blockkaden, hast du gesagt, ach, wie hast du gesagt, dieses... Hungersnot-Syndrom. Hungersnot-Syndrom. Gut. Also, es gibt demzufolge ein Hungersnot-Syndrom, wenn wir abnehmen wollen. Das spricht schon irgendwie, dass ich eine Mangelerscheinung haben muss, wenn ich das so von dir höre. Und gerne möchte ich da vertieft reingehen. Was sind deine Erfahrungen? An was fehlt es? Hat er einen Mineralmangel, einen Vitaminmangel, einen Proteinmangel oder... Okay, gut. Ich habe mir einen Teilbereich herausgesucht. Und der eigentliche Leitsatz, den ich dort gewählt habe, ist, wenn ein Körper nicht genug von dem bekommt, was er wirklich braucht, gibt er auch nichts her. Das heißt, wenn ein Körper in irgendeiner Form nicht mit den Stoffen versorgt wird, die ganz dringend nötig sind, dann wäre ja blöde, wenn er irgendwas abgeben würde. Insofern auch eingelagerte Fette, die bleiben bei einem, weil damit kann man ja zur Not noch heizen, wenn man das mal so sieht. Das habe ich auch schon in einem anderen Zusammenhang gehört. Auch Fett verbrennen braucht Energie. Ja. Und wie? Zum Beispiel. Also man muss essen, damit man abnehmen kann. Ja, stimmt auch, aber das Richtige. So, und wenn ein Körper eben nicht genug von dem bekommt, was er wirklich braucht, dann entsteht irgendwann mal auch das Problem, dass von dem Wenigen, was er bekommt, auch nur die Hälfte da ankommt, wo es benötigt wird. Und dann entsteht systemischer Stress. Und dieser systemische Stress beeinflusst noch weiter negativ diesen gesamten Abnehmprozess. Also systemischer Stress, das heißt, er kommt schon wieder in die Glucose rein, in die Zuckerverbrennung und gar nicht in die Fettverbrennung. Zum Beispiel. Genau. Das ist also ein Teilbereich. Seine ganze Glucose aus allen Reservendepots raus. Und ich nehme überhaupt nichts ab. Genau. Und wenn er nicht genügend von dem bekommt, was er wirklich braucht, lagert er das, was er nicht unbedingt braucht, ein. Denn er betreibt ja irgendwo auch eine Vorratshaltung. Also kann man sogar noch zunehmen in diesen Blockaden. Das ist richtig. Man kann sogar noch zunehmen. Man isst weniger, man tut viel richtig, hat aber ein Problem, ein Hungersnotsyndrom und nimmt dadurch noch zu. Oh, ei, ei, ei. Unschön. Gut. Und nun ist der aus meiner Sicht wesentliche Bereich dieser Stoffe, die einem überwiegend fehlen, weil sie nicht genügend zur Verfügung stehen, sind die Aminosäuren. Das heißt, die Aminosäuren sind ohnehin ein sträflich vernachlässigter Bereich von Mikronährstoffen. Also wir hatten ja schon auch in anderen Sendungen über Vitamine, Spurenelemente und Mineralien gesprochen. Und in einem Bericht habe ich, glaube ich, auch schon mal die Aminosäuren angesprochen. Die sind ganz wichtig, aber sie werden in der populären Betrachtung der Nahrungsergänzung immer noch, meiner Meinung nach, total vernachlässigt. Ja gut, man hört es aber ständig. Da im Fitnesszentrum macht man diese Protein-Shakes an der Masse. Dann haben die Fleisch-Ässer und sagen, ich esse jeden Tag 200 Gramm Fleisch. Stimmt. Und das ist dann das Problem. Das ist ein großer Unterschied zwischen Aminosäuren und Proteine. Proteine sind Eiweiße. Das sind komplexe Nahrungsproteine, Nahrungsmoleküle. Aber die Aminosäuren sind der Grundbaustein. Das sind die Grundbausteine von Proteinen. Und der Körper braucht eben die Aminosäuren und die müssen durch Verdauungsprozesse erst mal zugänglich gemacht werden. Und der Grund, warum Aminosäuren fehlen, da habe ich auch schon drüber gesprochen, das ist die weit verbreitete Eiweißverdauungsstörung. Das heißt, wenn ich jetzt eine Eiweißverdauungsstörung habe, ziehe ich mir zu wenig Magensäure. Unter anderem ist zu wenig Magensäure eine Möglichkeit für eine Eiweißverdauungsstörung. Und dann hatte ich ja diesen schönen Begriff, die Kaskadierung der Negativprozesse im Verdauungstrakt. Die sorgen dafür, dass dann irgendwann mal wirklich anstatt Aminosäuren vor sich hin faulende Eiweißkomplexe im Darm liegen, die dann zusätzlich noch eine Belastung darstellen. Besonders auch für den Leberzyklus. Da möchte ich gerne die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmals darauf auffordern, diese Sendung vielleicht noch nachzuschauen. Es geht da auf unserem YouTube-Kanal quantisana.tv-qs24 dann finden Sie die Sendung, sie heisst die PH-Strasse des Darms, oder? Ja, ich glaube. So ungefähr, mit dem selben Gast. Bitte schauen Sie sich das noch einmal an, damit Sie genau wissen, nahtlos wo jetzt gerade unser Studiogast angesetzt hatte. Richtig. Danke. Weil wenn ich jetzt noch auf die Ursachen einer Eiweißverdauungsstörung ausgiebig eingehe, dann ist die Sendung vorbei. Und lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, dass die Eiweißverdauungsstörung der Grund oder der häufigste Grund für eine Unterversorgung mit Aminosäuren ist. Und dass die Aminosäuren absolut lebensnotwendig sind für uns. Das müsste eigentlich jedem klar sein. Und wenn die fehlen, dann kommt der Körper in dieses Hungersnot-Syndrom und reagiert mit Stress. Systemischen Stress, Notfallmanagements werden in Gang gesetzt, die dann praktisch zu einer Blockade führen und ich kann dann nicht mehr abnehmen. Es erklärt vieles, auch aus meiner Praxiserfahrung, wie ich das sehe. Dieser Proteinmangel demzufolge sehr häufig der Grund sein kann, dass es nicht weitergeht. Also müssen Sie einfach mehr Proteine nehmen. Also Aminosäuren nehmen. Also Proteine helfen dann erstmal gar nicht. Aber es gibt ja Aminosäuren, es gibt Aminosäuren und nochmals Aminosäuren auf dem Markt. Es gibt so viel Ware auf dem Markt. Wie kann ich denn wissen, welches die richtige Ware ist? Gut. Also da kann ich auch ganz einfach den Namen nennen, was ich empfehle. Das ist das My Amino von Dr. Reinwald. Das ist ja weltbekannt. Ja, das ist eine stickstofffrei Aminosäure-Zubereitung, die dem Körper direkt zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, es ist quasi schon vorverdaut. Und das wäre das, was sozusagen eine Akutverbesserung bringen würde. Weil dann eben das zugeführt wird, was dem Körper fehlt, aber die Ursache des Ganzen wird natürlich noch nicht beseitigt. Sondern man geht jetzt erstmal in das Ausnivellieren dieser Mangelsituation. Und durch dieses Zuführen nehmen die Leute dann auch wieder ab? Die können dann, wenn der Körper dieses Hungersnot-Syndrom als solches nicht mehr wahrnimmt, natürlich aus der Blockade rauskommen. Ja, das ist richtig. Aber das Problem ist ja noch nicht behoben, oder? Nein. Also eigentlich ist es ja ein Segen zu sehen, dass ich jetzt nicht abnehme, obwohl ich vieles richtig mache, weil da was ist, was ich zuerst lösen müsste. Ja. Stimmt. Also müssen wir schon wieder zurück zur ersten Sendung gehen und die Leute darauf hinweisen, bitte schaut euch diese PR-Strasse an, um diesen Weg zu gehen. Bevor man jetzt mit diesen Miamino-Produkten wirklich draufhaut und sagt, ich will jetzt abnehmen, ich gebe dem Körper diese, ich nehme ihm jetzt dieses Syndrom ab, aber ich bin nicht so der Fan davon, ein Problem zu lösen, die Wirkung zu lösen, ohne das Problem anzuschauen. Das ist richtig, genau. Also dankbar sein, es ist so und jetzt die andere Fernsehsendung anschauen, oder? Ja, könnten wir so machen. Gut. Die Leute haben das jetzt angeschaut, sanieren jetzt ihre Darm und ihrem pH-Milieu vom Zwölffingerdarm, Dückdarm, Dünndarm, wie wir dort ja festgehalten haben und jetzt möchten sie Gas geben. Richtig. Also jetzt kommt dieses Produkt hinzu, diese Aminosäuren zuzuführen und wie viel? Das ist individuell unterschiedlich. Da muss man gucken, dass man vielleicht so was wie eine Minimalmenge an Aminosäuren für sich selbst herausfindet. Das geht relativ einfach. Also fast jeder, der mit Übergewicht zu tun hat, hat auch mit vielen anderen Problemen oder Problemchen zu tun, über Bluthochdruck, Diabetes bis hin zu Depressionen, was natürlich alles irgendwo ein großer, komplexer Verknüpfungsbereich ist. Das kann man gar nicht alles genau einzeln beleuchten. Aber wichtig ist, dass man für sich herausfindet, dass ein körperliches Energiedefizit durch Müdigkeit relativ leicht ausgeglichen werden kann, wenn ich die richtige Menge an Aminosäuren zuführe. Das können für den einen drei oder vier Stück von diesen Presslingen sein, für den anderen vielleicht zehn. Und je nachdem, was für ein Anforderungsprofil mein Tag an mich selbst hat, brauche ich mehr oder weniger. Und ich nehme zum Beispiel auch solche Dinge, wenn ich weiß, ich habe ein Wochenendseminar und habe viel zu tun, kriege vielleicht auch nicht genug Schlaf, sitze am Ende des Seminars dann noch mit Leuten zusammen und da wird diskutiert, es wird spät. Dann gibt es vielleicht noch einen Sundowner und ein zu spätes Abendessen. Das sind alles Dinge, die laufen natürlich schräg und dann weiß ich, ich brauche mehr von diesen Aminosäuren. Ah, also er ist auch ein Aufmunterer. Ja, man kann sich quasi dopen damit, ja. Doch, also so setzt sich zum Beispiel doch ein. Also ich kenne diesen Schweizer Spitzensportler, der Herr Dosenbach, der im Bereich des Liegestütz machen, kennst du? Richtig, na klar. Der Herr Weltmeistertitel und Gisnesbuch-Rekorde gemacht hat, der füttert sich ja auch ständig mit diesen Aminosäuren, um eben den Muskelaufbau stark zu begünstigen. Richtig, ja, siehe da, das funktioniert. Also einerseits kann man Muskel aufbauen und auf der anderen Seite kann man eben diesen Syndrom, den Mangel so weit beheben, dass man auch in die Abnahmeprozedere reinkommt. Aber ist es nur immer ein Aminosäurenmangel oder können es auch andere Mineralienmangel sein, die den Körper in die Blockade führen? Also Mineralienmangel spielt auch sehr oft eine große Rolle oder sagen wir mal Mikrospurenelemente, Mikronährstoffe spielen eine Rolle. Und wenn man jetzt die Regie über dieses Stoffwechselkonzept übernehmen möchte, dann muss man mehrere Dinge berücksichtigen. Und das war eben die Idee, die hinter diesem Produkt steht, übernehmen Sie Regie über Ihr eigenes Gewichtsmanagement, indem ich eben dem Hungersnot-Syndrom entkomme. Notfalls auch ohne der Zufuhr von Aminosäuren in reinster Form, stickstofffrei, sondern auch mit einem Produkt, was ein gutes Protein liefert, was dann leicht verstoffwechselt werden kann. Was hast du da für eins? Also in dem Regie, so heißt das Produkt, das ist Hanfprotein. Hanfprotein. Hanfprotein ist für mich ein sehr wertvolles Protein, was leicht verdaulich ist und wo auch die essentiellen Aminosäuren in einer sehr geschickten Kombination vorhanden sind. Also so wie es dem Körper auch gut entspricht in seinem Verbrauchs- oder in seinem Bedarfsprogramm. Okay, also ich meine, du hast dieses Produkt ja entwickelt und du hast ja sicherlich mehr drin als nur Hanfproteine. Und was alles da drin ist und was du dir da überlegt hast, das interessiert mich jetzt eigentlich sehr. Gut, gehen wir mal davon aus, dass also dieses Hungersmolsyndrom ein wesentlicher Bestandteil ist des Problems, ich kann nicht abnehmen. Ja. Der zweite Bereich, das habe ich durch meine Arbeit als, sagen wir mal, Darmspezialist herausgefunden oder wurde mir auch berichtet, weil ich ja auch mit entsprechenden Institutionen zusammenarbeite. Es gibt eine bestimmte Bakteriumgruppe im Darm, die heißen Firmikuten. Und diese Firmikuten ist eine Bakterienform, die sind in der Lage, aus dem letzten bisschen Kohlehydrat, was ich esse, auch noch Energie herauszuholen. Sogar aus scheinbar unverdaulichen Ballaststoffen. Das heißt, wenn ich dann in irgendeiner Form denke, mit meiner Ernährung gehe ich nun auf Vollwertkost und ich habe Vollkornreis, Vollkornbrot, allgemeine Vollwertprodukte mit einem hohen Ballaststoffanteil. Und denke, dann tue ich meinem Darm was Gutes, dann habe ich das möglicherweise das Problem, erstens, ich habe gar nicht die Enzyme dafür, das zu verdauen. Das wäre dann so das erste Problemchen. Das zweite, ich habe eine sogenannte verschobene Firmikutenratio. Das heißt, ich habe viel zu viel von diesen Kohlehydrateffizienz aufspaltenden Bakteriengruppen im Darm und die machen dann aus den Ballaststoffen Energie. Das heißt, ich kriege dann eine Energiezufuhr von einem Ballaststoff, der eigentlich unverdaut ausgeschieden werden soll. Aber bei einem Firmikutenüberschuss ist es eben anders. Da wird alles verstoffwechselt und in Energie umgewandelt. Also auch in Glucose? In Glucose. Was bedeutet, dass ich nicht in die Fettverbrennung komme? Letztendlich und dann auch als Fettreserve gesammelt wird, ja. Also muss ich ja eigentlich diese Bakterienansammlung runterfahren können? Genau. Das heißt, ich müsste etwas in dieses Produkt hineinbringen, was die Bakterien ernährt, die nicht Firmikuten sind und was für die Firmikuten sowas wie ein Fressgift darstellt. Der Begriff ist ein bisschen abenteuerlich, aber das kommt in der Natur vor. Also das ist eben das Abwehrgift gegen Fressfeinde, was viele Pflanzen in sich tragen. Und insofern gibt es dann eben auch aufgrund dieser biochemischen Verknüpfung der mikrobiologischen Prozesse im Darm Stoffwechselendprodukte von manchen Bakterien, die andere Bakterien nicht so gerne mögen. Und jetzt verstärke ich also die Bildung von bestimmten Bakteriengruppen, die dann anschließend ein Stoffwechselendprodukt abgeben, was den Firmikuten nicht schmeckt und deswegen verlassen die das Areal. Und wenn ich dann wieder diese Firmikuten-Ratio zurückgeschoben habe, also nicht in dieses Übergewicht von Firmikuten gegenüber den Bakterioides, dann habe ich eine Ausgeglichenheit, zumindest in diesem Teilbereich der Darmflora. Und dann lässt also dieses hocheffiziente Verarbeiten von Kohlehydraten nach. Und dann kann ich auch wieder abnehmen. Also da möchte ich nochmals zusammenfassen und auch noch nachfragen. Abnehmblockaden haben wir auf der einen Seite eben diese Aminosäureproblematik, die du jetzt zum Beispiel über ein Produkt mit Hanfproteinen versorgst. Und zudem hast du dort noch etwas drin, was eigentlich diese Bakterienstämme, die wirklich aus dem hintersten und letzten Kohlenhydrat noch den Zucker rauspressen, reduziert wird. Also dass diese Bakterienfamilie reduziert wird. Das ist einerseits total logisch und vernünftig, muss ich auch sagen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, kann man denn auch diese bitterstoffliebenden, ballaststoffliebenden Bakterien auch noch anreichen? Dass da noch mehr da sind? Ja, natürlich. Also es sind natürlich auch Bitterstoffe in diesem Produkt. Es sind darmaktive Substanzen in diesem Produkt. Und vor allem es sind Stoffe drin, die den Energiestoffwechsel der Zelle anregen. Das ist eine komplette B-Vitamin-Gruppe. Das muss also auch auf jeden Fall zugeführt werden. B1, B2, ganz wichtig. Das ist Carnitin, auch bekannt als Fettverbrenner. Das heißt, alles das, was eine Stoffwechselbeschleunigung im intrazellulären Bereich ermöglicht, wird auch zugeführt. Dass das Ganze eben ein Gesamtkonzept wird. Und die Stabilisierung oder die Verbesserung von der Qualität der Verdauungssäfte im oberen Verdauungstrakt, damit eben diese Eiweißfehlverdauung auch schon reduziert wird, das wird in erster Linie durch Bitterstoffe erreicht, die dem Produkt auch zugefügt sind. Und in dieser Zeit isst man dann auch möglichst wenig süße Dinge, weil die süßen Dinge doch dann eigentlich unsere, sagen wir mal, zuckerliebenden Darmbakterienkulturen eher wachsen lässt, als dass sie redimensioniert wird, oder? Das ist richtig. Wenn du jetzt schon Zucker ansprichst, gibt es natürlich dann auch ganz schnell die Querverbindung zu einem anderen unbeliebten Darm-Mitbewohner, der auch reduziert wird durch das Regie. Das ist Candida albicans. Entschuldigung? Candida albicans, das ist ein Darmpilz. Das ist ein Darmpilz, der also auch ganz massiv die Verdauungsprozesse und die Stoffwechsel und auch die Darmflora beeinträchtigt, also das Wachstum von guten Darmbakterien behindert und Fäulnisbakterien bildet und gleichzeitig auch in Verbindung mit anderen Bakterien, die dann Überhand gewinnen, zum Beispiel der E. coli, dann wird zu viel Ammoniak produziert. Dann kommt zu dieser ohnehin schon vorhandenen Eiweissverdauungsstörung, die Ammoniak produziert, diese Belastung eventuell noch hinzu. Also dieser Pilz kann auch ein Grund sein für meine Abnehmblockade. Kann auch, ja. Richtig. Und ich dachte immer, Schimmelpilze kriegt man aus dem Darm gar nicht mehr raus, kriegt man demzufolge doch raus. Also das ist jetzt kein Anti-Candida-Mittel, dazu sind die Wirkstoffdichten in diesem Produkt zu gering. Es ist ja auch kein Candida-Mittel, sondern es ist eben ein Abnehmprodukt. Das heißt, dieser Teilbereich einer möglichen Candida-Belastung wird betrachtet, wird auch durchaus wahrgenommen und auch bis zu einem bestimmten Grad mit berücksichtigt. Aber ich kann jetzt einen übermäßig mit Candida besiedelten Darm damit nicht bereinigen. Also vielleicht nicht als Feuerwehr, aber denkbar über eine längere Zeit der Einnahme? Das auf jeden Fall. Also ein langsames Reduzieren ist auf jeden Fall möglich. Das funktioniert auch so. Ist auch oftmals deswegen gar nicht so schlecht, weil wenn jemand abnimmt, das ist keine Sache von zwei, drei Wochen, sondern denen ist dann meistens, wenn man es richtig macht, schon bewusst, wenn man mit so einem Produkt arbeitet, das ist ein Prozess über ein halbes Jahr oder vielleicht noch länger. Ja, ich sage sogar, eigentlich ist es eine Ernährungseinstellung. Das kommt noch dazu. Und dann reguliert sich das von alleine, oder? Das kommt noch dazu, aber alle Menschen möchten ja auch etwas haben, was möglichst schnell hilft. Und letztendlich auch diese, das ist ein unschönes Wort, aber diese Vollkasko-Mentalität, dass ich für alles etwas habe, was mir hilft, ohne selbst was zu tun, das ist schon sehr beliebt. Also ich gehe auch lieber einen bequemeren Weg, das ist klar. Aber manche Dinge, die lassen sich nicht bequem gehen. Trotzdem gibt es Hilfsmittel, dass der scheinbar unbequeme Weg ein bisschen gangbarer gemacht wird. Und auch dafür wäre dann dieses Regie sehr geeignet. Du hast es entwickelt, speziell zum Abnehmen, aber wenn ich das so anhöre, was du mir sagst, mit B-Vitamin-Komplex, mit der Reduzierung von gewissen Bakterienstämmen, hört sich das für mich so an, als ob es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, was ich durchaus mir einfach mal einen Monat, zwei zunehmen könnte, oder? Es ist so, dass ein Unternehmen an mich herangetreten ist, die wollten ein Abnehmprodukt haben und ich sollte mir Gedanken machen und dann habe ich das dann also auch getan. Dann habe ich da was Eigenes noch kreiert, weil ich bestimmte Dinge mit hineingenommen habe, von denen ich jetzt gesprochen habe, um das Ganze tatsächlich so vollwertig zu machen, dass es auch so wirkt, wie du jetzt erwähnt hast, eigentlich eine sehr wertvolle Nahrungsergänzung, die auch Menschen natürlich essen können, die nicht übergewichtig sind und die dann zum Teil andere Zusatzstoffe, die man sich zuführt, wie beispielsweise B-Komplex oder verschiedene Vitamine, die kann man damit dann sozusagen sich ersparen. Also das ist so ein Irrgarten. Wir alle möchten ja eigentlich gesund sein und jeder Referent und jeder Gast erzählt eigentlich wieder das Neuste und Wichtigste und Beste und irgendwann stehe ich morgens um sechs auf und esse meine 20 Nahrungsergänzungsmittel zum Frühstück, dann noch eine Meditation und dann musst du noch zwei Stunden spazieren gehen und irgendwann ist der Tag vorbei und eigentlich hast du noch nichts gemacht. Ich frage jetzt dich, was nimmst du? Du bist ein Fachmann. Auf was achtest du, nebst deiner guten Ernährung, an Ergänzungsmitteln? Was ist das Minimum, was die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen einfach wissen sollten? Das wäre eine Pauschalempfehlung und die gibt es schlechtweg nicht. Man muss wirklich die individuelle Situation berücksichtigen und aus meiner Sicht, das was ich auch aufgrund meiner therapeutischen Tätigkeit sehe, ist ein extrem hoher Anteil des Kopfes an dem Ganzen und wir hatten, ich glaube heute auch schon bei einer anderen Sendung kurz darüber das angesprochen, wo eine Dame angerufen hat, wo ich dann also auch keine Pauschalaussage über ein bestimmtes Problem machen könnte, weil es ist immer wichtig, die individuelle Seite kennenzulernen. Ja, ich verstehe dich schon. Man könnte natürlich jetzt schon sagen, dass mit Regie so ein breiter Bereich abgedeckt ist an absolut wichtigen Nahrungsergänzungsmitteln oder Wirkstoffen, die der Körper braucht, dass ich sage, okay, dann nimm Regie und nimm Bioformin, das ist ein Mineralienpräparat, und nimm Kalzym und dann noch dazu die Milchsäure, das MyRegulate und ab und zu in schweren Situationen, wo was zu bewältigen ist, noch ein paar MyAminos einschmeißen. Und das heisst, damit hätte ich schon eine ganz gute Gesamtversorgung. Habe ich diese ganzen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, auch Zink drin? Ja, das Kalzym enthält Zink. Gut, okay, weil das weiss ich einfach, da hast du in einer anderen Sendung eindrücklich erklärt, warum wir das brauchen. Das ist richtig, ja. Darum wollte ich da noch fragen, und der D3? Ich höre immer wieder, wie wichtig auch das ist. Ja, D3 ist ganz, ganz wichtig und das ist so wichtig, dass ich das herausgenommen habe, das muss auch jeder individuell supplementieren, weil da eben von der Dosis her manchmal Geschütze aufgefahren werden sollen oder müssen, um einen Effekt zu erzielen, genau Omega-3. Also diese beiden Dinge lassen sich auch gar nicht in so einem Komplexmittel gut einbauen, weil da vermischen sich dann eben auch die Aggregatszustände. Ich habe entweder einen Pulver oder eine Kapsel oder eine Flüssigkeit, das ist schlecht zu vermischen. Also dieser Regie-Cocktail als Pulver hat schon sehr vieles drin, was wir gehört haben, was sehr gesund ist für unseren Darm. Es reduziert die einen Bakterien, es baut die anderen auf, es hat viele B-Vitamine drin, es hat Aminosäure drin, die mein Körper braucht, um gewisse Bauprozesse zu machen. Die Milchsäure hast du erwähnt, für meine guten Darmbakterien, die kriege ich aber auch über eine ausgewogene Ernährung wahrscheinlich oder über fermentierte Nahrungsmittel? Ja, aber nicht in der Menge, in der wir sie brauchen. Ich wollte noch kurz... Dann brauche ich das aber einmal oder öfters, weil wenn ich sie ja mal habe, die Milchsäurebakterien im Darm, dann reicht es doch, oder? Ja, also ich nehme eine Milchsäure, um erstmal die Notsituation auszugleichen im Darm. Außerdem, um das Milieu in die Richtung zu bringen, dass die eigenen Milchsäure bildenden Bakterien wieder bessere Rahmenbedingungen haben. Ah, Milieu und gut füttern. Auf etwas anderes wollte ich noch eingehen. Du hast eben Aminosäuren genannt, die im Regie drin sind. Das ist jetzt zwar auch richtig, es gibt zwei separierte Aminosäuren, das ist L-Glutamin und L-Carnitin. Das sind wirklich Aminosäuren, die in dem Regie drin sind. Aber das breite Spektrum an Aminosäuren liegt in der Form von Hanfproteinenform, was natürlich jetzt erstmal nur ein Protein ist, was noch zu einer Aminosäure abgebaut werden muss. Damit das nochmal kurz klar ist. Vielen Dank, vielen Dank. Die Zeit läuft schon wieder ab, Wilfried. Ich sehe es gerade, die Uhr ist zu Ende. Es ist verrückt, eigentlich müssen wir da nochmals viel tiefer reingehen. Ja. Das Regie haben wir gesagt, Milchsäure haben wir gesagt. Zink haben wir gesagt. Zink haben wir gesagt. Das ist eigentlich schon ein großer Punkt, der vieles abdeckt. Eins vielleicht noch? Ja. Weil auch der Magen soll berücksichtigt werden. Ein für mich ganz wertvoller Bestandteil bei allen diesen Dingen, was Wunder wirkt im Magen, das ist Süßholz. Das ist auch im Regie drin. Ein Naturprodukt, ganz genial, hat entzündungshemmende Eigenschaften, ausgleichende Wirkung auf die Darmschleimhaut. Wird auch von mir gerne eingesetzt bei diesen Problemen, der Salzsäuremangel des Magen. Das wollte ich gerade fragen, weil viele Leute haben ja zu wenig Magensäure. Und das wird eigentlich... Ach, super. Gut. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen auch ein paar wissenswerte, hochinformative Informationen schenken können. Ich für meinen Teil habe viel lernen dürfen und ich hoffe, dass Ihnen das auch entsprechend ein Massstab ist. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne. Sie können sich bei uns melden. Sie dürfen sich jederzeit auch beim Herr Wilfried Obel melden. Seine Homepage ist unten eingeblendet. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, die Aufmerksamkeit uns gegeben haben. Bitte teilen Sie diese Sendung, wenn Sie sie irgendwie auf YouTube sehen, weiter, damit auch andere Menschen die Chance haben, zumindest eine andere, eine ergänzende Sichtweise zu einem gesunden Bestand an uns Menschen, wie sagt man so, weitergeben, leiten kann, sodass jeder die Chance hat, aber was an sich zu machen, wenn es nötig ist. Abnehmblockaden, ich wünsche Ihnen, dass Sie das nicht haben und jetzt den Schlüssel dazu haben. Alles Gute für die Zukunft. Danke und auf Wiedersehen. Vielen Dank.